Das Schicksal fragt nicht wann. Das Schicksal fragt nicht wo und schon gar nicht wer. Das Schicksal fragt nicht ob du dein Leben gelebt hast. Das Schicksal fragt nicht nach deinen Farben. 1500 Mal im Jahr heißt es in Deutschland Querschnittnähmung. Einfach so. Von heute auf morgen. Faul. 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 Im Fußball gibt es nach einem faul Elfmeter. Eine zweite Chance. Für jeden. Einfach so.